Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Schöne an der Etikette auf dem Code-Produkt ist nicht nur die Abbildung, sondern auch die informative Rückseite. Wenn Sie diese gelesen haben, dann wissen Sie allerhand mehr. Wie zum Beispiel auf der Mitte Gemüsekonserven. Da können Sie unter anderem die genaue Zusammensetzung und den Nährwert feststellen. Eine Information, die Ihnen nur die Grund bietet. Aber was nützt einem diese Angaben? Sehr viel, wenn Sie ernährungsbewusst und ausgewogen kochen wollen. Für eine gesunde Ernährung sollte nämlich die Zusammensetzung so aussehen. 55% Kalorien aus Kohlenhydraten, 30% Kalorien aus Fett und 15% Kalorien aus Eiweiss. Und dank diesen Nährwertangaben können Sie die Ausgewogenheit Ihrer Ernährung täglich kontrollieren. Auch das ist eine exklusive GOP-Konsumentenleistung. Kontrolle vom Anbau, der Verarbeitung und vom Endprodukt durch das GOP-Labor. Die GOP-Kontrolle garantiert, dass nur Gemüse von bester Qualität aus gesundem Boden erntefrisch in die Midi-Dose kommt. Haben Sie gewusst, dass zum Beispiel die Bohnen aus der Midi-Dose gleich viele Vitamine haben wie die aus dem Garten? Gerade jetzt läuft zum Beispiel bei GOP eine Grossaktion, wo Sie sechs verschiedene Gemüsekonserven zu unschlagbaren Preisen bekommen. Und natürlich mit der sicheren Qualitätsgarantie von GOP. Und jetzt habe ich Ihnen noch einen Tipp, wie Sie ohne Öl und ohne den lästigen Ölgeruch in der Küche und ohne Fritteuse feine, knusprige Pommes frites auf den Tisch saubern können. Mit diesen fix fertig vorgebachenen Goldstarr-Bachofenfriten von GOP. Während dem Backen machen Sie sie noch ein bis zwei Mal und nach 25 bis 30 Minuten sind Sie schon bereit. Und wenn Sie den Backofen vorheizen, dann braucht es sogar nur die Hälfte dieser Zeit. Goldstarr-Bachofenfriten. Goldgel, knusprig backen und ohne Öl. Oder mit wenig Fett können Sie die Goldstarr-Bachofenfriten auch in fünf bis acht Minuten in der Bratpfanne knusprig braten. Ja, so einfach geht das mit diesen Goldstarr-Bachofenfriten von GOP. Sie sehen, GOP hilft Ihnen Zeit sparen und günstig aushalten. So, und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Und wie immer kommen jetzt zuerst noch die Aktionen. Auf Wiedersehen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP ein Pack Zweifelpomchips Paprika für nur 2.10 Fr. Zwei Becher Plantenmargarine statt 3,70 Fr. nur 3,20 Fr. Ein Doppelbecher Tamtamflant, Chocolat, Vanille oder Caramel statt 95 Fr. nur 75 Fr. Zwei Fenyalsäufene kosten nur 3 Fr. Drei Luxäufene nur 2,65 Fr. und drei Fasäufene nur 2,40 Fr. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag zweimal 500 Gramm Galateigwaren, breite Nudeln, Spiralen oder Spätzchen statt 3,50 Fr. nur 2,60 Fr. und 10 Tulpen für nur 3,90 Fr. Profitieren Sie von diesen Angeboten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.